So, nach einer kurzen Störung. Tja, das Klopfen werdet ihr wahrscheinlich dann im vorigen Video jetzt hören. Wahrscheinlich auch jetzt gerade eben gehört haben. Weiter geht's einfach so. Oh Gott, aus meinem Bein guckt dein Knochen raus. Herzlichen Glückwunsch. So. Der blöde Drack, der muss da stehen bleiben. Hoffen wir, dass es funktioniert. Bleibt der stehen? Perfekt. Wo war eigentlich das Cop-Mobil? Was ist das? In Zivilfahrzeug-Shiften. Mist! Sagt Wurst, das Teil ist weg. Oh Mann. Wir sind jetzt wirklich egal. Wir sind langweilig. Hast du nicht versprochen, dass wir heute mal was Abgefahrenes machen? Abgefahren? Kein Problem. Echt elegant. Ja, ja. Das war's, Baby. Oh wow, da geht gerade ein Fall ab, ne? Und dann rasen wir einfach mal nach Nuff, ne? Mann, hey. Ich bräuchte Musik. Weiter, Baby. Weiter. 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 Also, das Ding geht gar nicht ganz schön ab hier. Aber da kommt's mir nur so vor. Unseren Wagen liegt auch noch kaputt. Aber da kommt ihr uns. Wer will seine 15 Minuten ruhen? Noch mehr von denen. Ist das irre oder was? Komm inzwischen. Oh, raffisch ist etwas, was man da machen soll. Du hast noch einen abgehängt. Gute Arbeit. Oh Gott, ja! Tja, wahrscheinlich wird sie gerade voll den Heimatseintrag machen wollen. Ja, bis dann, Loser! Hahaha. Tja, tja. Natürlich machen wir das dann mal. So, die Schaff ist gerade schon an uns vorbeigefahren. Ach, die Schande. Das war fantastisch! Tja. Natürlich ist das fantastisch. Aber irgendwas? Hä? Ich raff das nicht ganz. Okay. Der Bock ist Müll schon. Ich würde ja gerne wissen, wie das jetzt aussieht hier. Einen Kopp anfangen. Ja, ihr habt es bestimmt gelesen. Hier eine Kopp anfangen. Das ist fett krass. Wieso haben wir das nicht schon früher gemacht? Tja, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls schlüpst du nicht derjenige, der das nach vorne geht. Tick drauf, die kommt schnell näher. Ich weiß, dass sie doch schneller näher kommen. Aber Spazi, wenn ich das nicht pack, ich kann rausshiften. Das war echt gut. Oh Mann, das ist völlig krank. Das war voll krank. Die ist es mir echt gefallen. Bis genau jetzt. Was hab ich mir gedacht. Saugen wir mal für Ablängung. Mit dem Porn-Tierk hier. Dann, ah, das Auto ist voll Schrott, ne? Jetzt geht's los, Leute. Schön festhalten. Das wäre im Kasten. Ich rieche Auszeichnungen. Die beste, billige, dumme Leute vor. Ich sollte mir angewöhnen, dass diese Männer ausspritzen zu lassen. Kann ich da zurück? Ja, ich kann ja zurück, aber wir können ja vorher noch mal zum Fähnchen reisen. Aber wenn ich jetzt hier war, die ist doch noch mal hier. Okay, da ist ja noch eine. Alle? Jun, ich bin nur realistisch. Du bist noch nie ein Rennen gefahren. Ayumo, bitte. Ich bin nervös genug. Entweder gewinnen wir das Geld fürs College oder wir sitzen im Flieger nach Magoya und... Und wir hängen im Familiengeschäft und sind im Knast, bevor wir 40 sind. Du wirst aufs College gehen, Ayumo. Wir werden nicht wie Dad und Onkel Joji enden. Also gut. Dann ziehen wir diese Böcke mal ab, damit diese Jugend hier... ...ein gescheites Leben hat hier. Dir geht gar nichts. Ayumo? Ich bin ganz zuversichtlich. Habt ihr echt hier kein Schatten? Ich glaube, die Bauern... Alter, Mann, nee. Anschneiden. Du bist schon zufrieden? Ach, ich warte noch ab. Also, ein Film schon mal hier im Spiel hier. Der ist schon wieder weg. Da schliebe ich sie eben an Sicht. Du bist überhaupt an mir zweifelst. Okay, genau. Die Animation ist auch richtig genial gemacht. Wenn ich das hier so sehe, die Hände gut bei dem einen Bock, da war das Tarometer, das Drehzahlenlässe. Und hinter uns, die haben eine Fratze, weil wir sie gerade voll abziehen. Und Atmen los. Das nehmen wir mit. Ah, ich muss sagen, das Spiel ist gut. Auf der Multiclayer macht es Spaß. Ah, das höre ich heute öfter. Also, wir sind vorne, Schlag ein. Hey, nicht fahren. Das geht jetzt nicht. So sieht's aus. Schlag ein, dann verreiße ich das Lenkrad und fahre mit dem Bus da. Batsch. So, wir haben das Ziel gereicht, das machen wir driften. Ah, was hab ich gesagt? Kein Problem. Mit dem Auto haben wir ja sowieso eine Chance gehabt hier. Oh, da gepeilt das ich in RSTT fahre. Okay, Nitro beschleunigen und nach vorne. Nimm dir ne Karre, irgendeine. Natürlich, ich nehme das Auto. Ich kann so ein Auto also irgendwie manipulieren? Der ist mit mehr Tempo. Wow, Mann! Das machen wir gleich nochmal. Wow, ja! So, feine Traumwelt. Jedes Auto hat eine Weckreisanspritze. Jawoll, wir stücken die Karre mal hier. Fähig. Das ist das vor Augenblick. Als Kompetenz habe ich natürlich das Abgeschleppauto genommen, beziehungsweise das, was gerade abgeschleppte. Ob er diese Fähigkeiten auch behalten kann, weiß ich jetzt nicht... Okay, das haben wir jetzt erstmal geschafft. Oh yeah. Oh, wir haben 18.000 Punkte. Mal gucken, was für einen schönen Muzzle-Kaner dann nehmen können. Aber jetzt erstmal... Was haben wir denn? Okay. Mach es dann, um den Zielpunkt von 180 zu erreichen. Zielpunt. Mit Zielpunkt. Erst hat es mir nicht zum Kauf, freischalten. Achso, das ist ein Auto. Da stand ich gerade voll auf dem Schlauch. Haben wir bestimmt gemerkt. So, was haben wir hier? Ja, ja, ein Jumping-Ding. Immer hoch. Hüpfen können, was haben wir hier? Ein Stern. Ein Stern ist... Okay, Cops abhängen und Ziel erreichen. Fort Crown Victoria zum Kauf, freischalten. Probieren wir mal. Autos freischalten. Autos freischalten. Das hört sich immer sehr gut an. Machen wir das. Autos freischalten. Ja. Äh. Oh yeah. Ach ja, wir müssen die abhauen. Ja, jetzt haben wir hier die Nachtgasanspritze. Taktisch weg. Wir haben natürlich immer gebremst Zeit. Ähnlich wie bei Need for Speed. Aber wir haben viele Autos. Und viel Verkehr. So, glaubt ihr, die kriegen die, äh, kriegen die uns noch? Ich glaub's auch, dass sie die uns noch kriegen. Am Arsch. So. Was haben wir jetzt? Ach, reich ich dann? Zielort. Achso, okay, ja. So, einfach mal eiskalt da entlang gebollert. Da hochstürmt hier. Der Spiegel, der sieht wieder aus wie den Kopf. Ich hab jetzt immer, ich denke, da ist im Kopf von einem Passagier einfach mal da am linken Seitenspiegel. Dabei ist das Spiel wie sehr alt. Es sieht halt so komisch aus. Aaaaaah. Na, damit können wir, können wir ja nicht gewinnen. Leute. So, jawoll. Wir haben, mit dem Audi TT haben wir das geschafft. Natürlich muss es die RS sein. Wem Sport. Alles ist einen Versuch wert. Wir haben ein neues Auto freischalten. Mal gucken, was wir noch freischalten können. Wir sind immer noch in dieser schönen Audi TT. Der rollt gerade gemütlich nach hinten. Okay. Okay. Ich glaube, wir sind wir noch in dieser adolesc pickleden. Wir sind immer noch in dieser Ebene. Ich war auch nicht. Ich war doch immer in dieser Rei, mit mir. Und ich war mir auch in unserer Ebene. Ich war ein neues Auto in dieser Geschäft. Und ich war mir das Hallo. Oh, mein Buch ist immer noch in derphase. Oh, mein Buch ist immer noch in derzeit. Und ich war einfach da liter. Und ich war mir noch in der Nacht. Ich war nicht. Und ich war nie das Auto der Zeit. Sollte denn ein Lied geben? Ne, das ist nicht witzig. Da war da nicht mehr mehr irgendwas. Genau, der Blitz für diesen Hatzen. Dann betreten wir mal die Werkstatt. Mal gucken, was wir bekommen. Wir haben ein Barbad. Der Ende öffnet das Rennen. Wir haben das da. Wir haben die Audis. Oder den Audi. Ein Cadillac. Das ist noch nicht. Frei. Ein Ford. Ach, das ist der Victoria. Ja, den hätte ich auch gerne. Hier. Ich hätte gerne die Hornet. Hornet. Ach ja, da steht Hatzen und das war die Hornet. Okay. Das heißt auf jeden Fall allerdings hier. Wiebild.